Hallo liebe Motorradbegeisterte, ich will euch heute mal einen kleinen Überblick über unsere Guibo, das nennt sich Guidebook, Touren-App geben und zwar speziell über unsere Balkanreise. Ich starte mal dieses Guibo. Wir haben hier mehrere Bücher drin. Man kann sich immer so gewisse Reisebücher reinladen in dieses Guibo und ich gehe jetzt einfach mal zu diesem Balkan und gehe mal in die Balkanreise rein. Wenn man in diese Balkanreise reinkommt, startet die Übersichtskarte. Die Übersichtskarte wird daheim automatisch über WLAN dann runtergeladen, wenn man den Reiseplan lädt und kann dann später, wenn man im Balkan ist, offline benutzt werden. Da braucht man keine Internetverbindung wieder. Ich zoome mal ein Stück rein in die Touren und gehe mal ziemlich weit oben hin nach Rijeka. Man sieht schon, es gibt rote Touren und es gibt blaue Touren. Das ist nur die Tagesetappen. Einmal ist sie rot, die Tagesetappe und einmal ist sie blau, damit man sie ein bisschen besser unterscheiden kann. Was wir noch haben, sind dann noch Alternativstrecken. Die sind hier mit Magenta eingezeichnet. Alles, was grüne Punkte sind, sind Sehenswürdigkeiten. Und zwar sind es Hauptsehenswürdigkeiten. Das bedeutet, wenn jetzt was Größeres ist wie die Kirker Wasserfälle, dann ist das eine Hauptsehenswürdigkeit. Und kleinere Sehenswürdigkeiten, die sind dann speziell nicht auf der Übersichtskarte wegen der Übersichtlichkeit, sondern in der Route direkt verankert. Wenn ich jetzt so eine Route aufrufen möchte, habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte entweder jetzt hier auf das Motorrad-Symbol klicken oder ich könnte natürlich auch in einer Übersichtstabelle die Routen aufrufen. Dazu komme ich dann gleich noch. Was es noch gibt, es gibt wichtige Punkte wie zum Beispiel, ich zoome es mal ein bisschen her, zum Beispiel Fähren. Wenn ich jetzt auf die Fähre hier raufklicke, die Fähre von Kress nach Kirk, dann sagt der Fähre Kress-Kirk, dann sage ich mir Anzeigen. Und hier könnte ich hergehen, der Preis und die Dauer steht hier drin und hier oben links gibt es noch ein Symbol. Und dieses Symbol bedeutet, ich könnte auf die Webseite der Fährgesellschaft gehen und könnte dann, ich bin jetzt offline bei mir am Handy, und dann würde er mir die Webseite aufrufen, ich könnte die Abfahrtstermine ein bisschen besser terminieren. Ich bin wieder auf meiner Übersichtskarte. Es gibt wichtige Hinweise, die sind hier so rot eingezeichnet. Und es gibt natürlich Übernachtung, an jedem Endpunkt gibt es sogenannte Übernachtungsplätze. Solche Übernachtungsplätze, wie jetzt zum Beispiel bei Tirana oder so, die kann ich jetzt entweder draufklicken, und könnte genauso sagen, er soll mir den Übernachtungsplatz anzeigen. Hier bekomme ich auch nochmal ein Bild mit, mit dem Übernachtungsplatz. Und könnte da auch direkt an die Homepage von dem Hotel reinspringen. Ich könnte es aber auch anrufen. Also wenn ich hier auf diesen Hörer gehe, dann würde mir die Telefonnummer angezeigt werden und ich könnte auch gleich was buchen oder so. Ich gehe jetzt mal nochmal zurück. Und komme dann wieder auf meine Übersichtskarte zurück. Und jetzt da gibt es rechts unten so ein kleines oranges Button. Da klicke ich mal drauf. Und da drinne komme ich jetzt praktisch zur Tabellenform. Das bedeutet, die erste Option wäre wieder meine Übersichtskarte. Würde ich wieder zur Übersichtskarte gehen. Und die zweiten, da sind alle MD-Mod-Touren drin. In diesem Fall 13 Stück. Diese 13 Touren sind mit B1 bis B14 durchnummeriert. B13 haben wir ausgelassen. Und manchmal ist es so auch, dass es gibt auch Touren wie zum Beispiel B7B. Das wäre dann eine Alternativstrecke zur B7. Und jetzt gehe ich einfach mal in die erste Tour rein. Das ist die B1, die Opadia. Ich bekomme jetzt hier oben ein paar Bilder. Nach einigen Sekunden springt man dann die App auf die Karte, auf die Tour selber. Bei der Tour selber sieht man auch wieder, man sieht Übernachtungsmöglichkeiten, die Fähren und so weiter, die Sehenswürdigkeiten auf der Tour. Und auch am Ende der Übernachtungsmöglichkeiten. Ich kann hier unten auf diesen Reitern, wenn ich den ersten nehme, dann komme ich wieder zurück, wo ich am Anfang reingesprungen bin. Die Bilder kann ich mir anschauen. Ich kann mir hier hergehen und die Info der Tour anschauen. Das Storyboard, was man so erlebt hat. Also ein paar technische Daten gibt es noch. Das ist der zweite Reiter hier unten. Da kriege ich ein Höhenprofil her, wie lang die Strecke ist, wie der Aufstieg ist und so weiter. Dann die dritte Reiter unten wäre wieder meine Karte, also meine Tourkarte. Und hier bei meiner Tourkarte, da kann man hergehen, auf der rechten unteren Seite gibt es so ein kleines Navigationssymbol. Wenn ich hier draufklicke, öffnet sich so drei Symbole. Und das unterste von den drei Symbole, das weiße. Wenn ich hier jetzt nochmal draufklicken würde, würde mein Handy auf Online gehen, würde das GPS-Signal empfangen. Kann ich jetzt zwar machen, aber dann bin ich in Deutschland. Gehe wieder zurück auf meine Übersicht. Das wären jetzt die ganzen Touren, was drin sind. Die kann ich entweder über das Motorrad-Symbol an der Übersichtskarte aufrufen oder ich gehe hier rein und rufe es hier auf. Das zweite sind dann die Unterkünfte. Gehe mal rein in die Unterkünfte. Die Unterkünfte sind ein bisschen so kategorisiert, dass sie B3, die Tour B3, alles was zur Tour B3 gehört, sieht man hier, die B3-Unterkünfte auch. Man sieht auch hinten dran, dann gleich bei den Unterkünften, was die kosten, ab wie viel. Und da haben wir in jedem Buch in diesem sind es glaube ich 48 Unterkünfte oder so. Gehen nochmal zurück. Dann gibt es sogenannte POIs. Die POIs sind diese Sehenswürdigkeiten oder wenn man über Duprovnik was bräuchte, dann bekommt man da, wo man was abstellen kann, Parkplätze und, und, und. Auch mit GPS-Daten nochmal versehen. Gehe wieder zurück nochmal. Gehe wieder auf meine Übersicht. Was gibt es noch? Es gibt Infos zu Ländern. Wenn ich hier reingehe, kann ich Infos zu Albanien, Kroatien oder so weiter abrufen. Wenn ich jetzt Kroatien reingehe, Tourismus-Info, bekomme auch bestimmte Links nochmal, wo ich noch mehr Detailinformationen bekommen kann. Dann gibt es natürlich noch die Anreise und Mautgebühren sind noch hinterlegt. Und ich kann wieder zurückkommen zur Startseite. Das bedeutet, da könnte man über das Plus noch neue Reisepläne laden. Das war ein kurzer Überblick über unsere Bike-Handtour.